Ich hab doch recht, Niki. Das Arschlach hat mich beklaut. Einfach beklaut. Ich weiß es nicht. Das ist... Lisa? Naja, ich mein, das ist ja nicht so schlimm. Lisa? Ihr? Ist alles okay? Nein, Karin. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ja, ich bin ja. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Ich verspreche es. Wir werden ja völlig zusammen. Das geht doch nicht. Wir haben ja einen gefährlichen Straftäter genommen. Und ich möchte, dass sie sofort in ihr Auto stehe. Bitte, lassen Sie das los. Sofort in ihr Auto rein. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Schönes Arschloch. Lecken. Das Arschloch, nicht die Pussy. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Ich erfülle deine Wünsche.